Ich kenne Justi. Das ist für mich eine ganz coole Webseite, wo sich meine Schülerinnen und Schüler sehr schnell zurechtfinden, Inputs holen und Schnupperlehrer oder Lehrstellenadressen finden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beispiel von Bewerbung schreiben, Lebenslife. Das kann man immer gut brauchen. Es wird ihnen bewusst, dass sie sich langsam in der Berufswelt schauen müssen. Der Sommer kommt schnell und dann muss man schon bereit sein für die Bewerbungen. Sie können auch Connections mit Firmen knüpfen, Infos holen und schauen, ob es mir oder nicht gefällt. Ich habe jedes Jahr den Standtag mit den Fotos gesehen. Das haben wir bis jetzt noch nie wahrgenommen oder genutzt. Ich habe an den angedenkten Termin gemacht. Ich habe immer wieder das Lehrerbag mitgenommen, mit den aktuellen Informationen, mit denen bestelle ich meine Bewerbungsunterlagen zusammen. Sehr informativ. Wir haben auch die Seiten immer wieder genutzt für die Lehrstellensuche. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade solche, die Mühe haben, sich die Informationen schriftlich zu besorgen, die kommen es hier mündlich rüber. Die einen machen hier bereits eine Schnupperlehrer ab. Von daher super. auf jeden Fall! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020